Jetzt gibt es Pangasius Spieße mit Bacon. Ich habe euch das schon gesagt, ihr dürft zugucken, wie ich die mache. Die gehen ganz schnell. Ich habe heute morgen den Pangasius rausgenommen, der war gefroren. Die Packung habe ich euch schon gezeigt. Und schon gefroren habe ich jedes Filet in vier Stücke geteilt, weil das geht leichter zu schneiden, wenn es noch gefroren ist und das taut dann besser. Ich habe die Filets vorher auch abgewaschen und dann abgetubt, damit dieses komische Zeug da ab ist und habe dann Zitronensaft drauf gemacht. Also deshalb sind die auch noch ein bisschen nass, wenn ihr die gleich seht. Das macht aber nichts. Ich will mal stoppen, wie lange das dauert, die fertig zu machen. Das hier ist mein iPhone. Ich hatte es gerade am Ohr, deshalb ist das noch ein bisschen... Naja. Und ich drücke jetzt mal auf Start. Spieße habe ich vorbereitet. Ich habe die in Wasser eingelegt, damit die nicht viel Feuchtigkeit aus dem Fisch ziehen. Aber wenn man nicht viel Zeit hat, braucht man das nicht. Das dauert zehn Sekunden, Spieße raus in den Becher stellen und dann mittags irgendwann benutzen. Aber ist nicht Pflicht. Dann geht es erstmal ran an die Spieße. Dann stecken wir die erstmal drauf. Es ist übrigens ganz praktisch, wenn die noch ein kleines bisschen gefroren sind, weil dann geht es nämlich auch leichter, hier drauf zu stecken. Nur so als Tipp. Also man muss die nicht jetzt unbedingt ganz aufgetaut haben. Sie verzeihen dann auch, wenn man sie etwas länger gebraten hat. Die Portion, das sind jetzt insgesamt 500 Gramm, die ich hier habe, die ist für zwei Personen. Eine Person davon ist ein Mann. Das ist insofern relevant, weil man muss ja selber wissen, wie viel man essen möchte. Aber Männer möchten ja meistens ein bisschen mehr und brauchen auch ein bisschen mehr, weil die mehr Muskelmasse haben und dann auch einen höheren Energiebedarf haben. Im Allgemeinen. Bodybuilder Frauen sind da ausgenommen. Wenn man da jetzt so eine 140 Kilo Braut hat, dann kann die auch schon mal ordentlich was wegziehen. Selbst wenn sie super schlank aussieht, weil sie richtig stark trainiert ist. Obwohl super schlank. Naja, auf eine spezielle Weise Fettarm würde ich dann sagen. Oh, ich rede mich hier heute vom Kupfenkranken. Was soll's. Lebt damit. Ihr mögt das. Also habe ich jetzt mal so entschieden. Hier habe ich jetzt Bacon. Eigentlich klingt das paradox, weil das ist ja theoretisch immer so verschieden als der Feind jeder Diät. Aber was soll's. Ist ja nur so drei bis vier Scheiben. Wenn man die mal in der Woche hat, ist das nicht schlimm. Noch dazu kombiniert mit einem super fettarmen Fisch. Und wie ihr bestimmt gleich bemerkt, es gibt keine altbekannten Beilagen dazu. Also so Weiß, Nudeln, Pommes ja schon mal gar nicht. Das ist klar. Weil ich mich nach der Logi Methode ernähre. Logi steht für Low Glycemic Index. Und das bedeutet, ich achte drauf, dass die meisten Sachen, die ich esse, nicht so eine hohe Blutzuckerwirkung haben. Damit ich nicht so leicht Heißhunger habe. Und damit mein Körper besser Fett verbrennen kann. Es geht bei dem Spießewickeln nicht um Schönheit. Sondern nur darum, dass es dran ist. Weil die Schönheit kommt nämlich hinterher durch den Geschmack. Das ist erfahrungsgemäß ja auch das Wichtigste beim Essen. Wo es nicht stört, wenn es gut aussieht. So. Ist ja im Grunde so wie bei Menschen. Da stört uns das ja auch nicht, wenn die gut aussehen. Aber wenn die inhaltlich total leer und doof sind, dann halten wir doch lieber Abstand. Zumindest, was weitere Kontakte angeht. Weil so ein paar kleine Hobbys kann man ja dann nochmal haben. So. Das ist sehr schnell heiß. Induktionskochfeld heiß. Und jetzt lege ich die Spieße da rein. Wer Angst vor der Pfanne hat, macht das natürlich mit einem Hilfsmittel. Ich habe leider keine größere Pfanne. Sonst hätte ich jetzt alle auf einmal gebraten. Das geht schneller. Jetzt braten wir. Während das braten, kümmere ich mich jetzt um den Tomatenverlager. Und jetzt hier jetzt mal die Hüfte ein bisschen runter nehmen. Ich bin da ja mehr unkompliziert. Jetzt gibt es da einfach ein bisschen Balsamic-Creme drüber. Ich finde, das schmeckt. Das ist praktisch, weil es schnell ist. Und dann habt ihr noch ein bisschen extra Protein. Die Spieße müssen nicht sehr lange braten. Ich denke noch so anderthalb Minuten. Und dann sind die fertig. Ich muss nur die zweite Pfanne braten. Aber das kann man so nicht mitrechnen. Ihr habt bestimmt eine größere Pfanne. Während die Spieße in der Pfanne brutzeln, zeige ich euch den Nachbisch schon mal. Und zwar ist das Buttermilch-Zitronen-Creme. Da habe ich zwei Nocken auf, ja, Brombeeren letzten Endes gesetzt. Ich habe heute Morgen mit vorne Brombeeren genommen, die in der Mikrowelle ein bisschen gekocht. Das habe ich euch ja schon, glaube ich, beim ersten Clip heute gezeigt. Und da ist auf jeder Portion ein Stück zarte da extra dunkle Schokolade drauf, die ich so ein bisschen klein gemacht habe. Das hat ungefähr 200 Kalorien. Und das ist halt mein extra, heute ist fast Kekse oder so. Okay, dann gucken wir mal gleich nach die Spieße. Jetzt wollen wir mal die erste Portion hier schön auf den Keller verteilen. So sieht das aus. Das ist das Mittagessen. Hier drin ist diese japanische Sesamsoße, von der ich euch heute Morgen erzählt habe. Und alles andere habt ihr ja festgestellt. Jetzt habe ich ja auch schon ein bisschen präsentiert. Und musste quasi ja die Spieße zweimal braten, mehr oder weniger. Und das ist die Zeit. Das heißt, dann wollen wir jetzt mal hier... Stopp! Okay. joking! In dieeten accrue. Doe müssen k orientieren.